Was geht ab meine Freunde, ihr kennt ihr so die Kanatten wie so, so ein Bildermacher. Auf jeden Fall, was geht ab, heute mal wieder ein neues Video mit einem neuen Video, ich hab mich grad verlabert, aber scheiß drauf. Ihr habt das alle mitbekommen mit dieser Anzeige, die ich bekommen hab und ich konnte deswegen meinen Führerschein gar nicht ermachen und hab jetzt wieder angefangen vor kurzem, mit fast 20, ehrlich gesagt voll peinlich, aber woran hat das gelegen? Hey you, woran hat das gelegen? Ich hab mir einfach gedacht, wir nehmen Luke seinen Schatz hin hier und ich probier einfach mal ein bisschen damit zu fahren. Ja, ich bin vorher noch nie gefahren und guck mal wie ich jetzt kann und äh, ist das nicht zu nah? Ist scharf, nein super. Hast du? Ja, ja. Warum mach ich dieses Pf? Hast du? Ja. Aber wird das nicht immer unscharf? Jetzt mach einfach. So Leute, wir sind gerade im dicken CLS AMG und das erste was wir natürlich machen, ist anstecken. Aber da wir keine Lacken sind, lassen wir das mal ganz. So, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, hast du erst mal? Ja okay, gut. Erstmal Scheiben checken, die Scheibe ist kaputt. Ja. Also für den Anfang fahren wir erstmal hier vorne auf dem Parkplatz eine Runde, weil ich hab ein bisschen Schiss um mein Auto. Nee, ich hab keine Lust nachher so viele Leute auf mein Gewissen zu haben. Gut. Also mach mal an. Stopp. Ach nee stopp, warte. Warte, warte, warte. Guck mal, ganz links außen. Ganz links. Da sind drei Dinger, ne? Warte mal. Bruder, hier sind zwei. Ah ne, hier sind drei. Guck mal, ich zeig euch das auch mal, dann könnt ihr zu Hause auch Autofahren lernen. So, du hast da drei Pedale. Ja. Links ist Kupplung, Mitte ist Bremse und ganz rechts außen ist Gas geben. Und ähm. Gas für den Ausländer, okay. 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 Okay, so. Warum machst du? So. Okay. Also dann gehst du jetzt mit ganz links auf die Kupplung. Ganz links außen drückst du runter. Durchgedrückt. Ja, ja genau. Okay. So dann gehst du mit den rechten Fuß auf die Mitte, auf die Bremse. Auch gedrückt halten? Ja erstmal ja. Du meinst wie ein Scuffer, Alter. So. Und jetzt? So jetzt machst du das Auto an. Da vorne ist so dieser Schlüsseldingste. Warte. Du kannst auch die Kuppel... Warte, warte. Mal gucken wie das Kätzchen steht. So jetzt. Jetzt hast du das Auto an. Super. Also Teil 1 hast du schon mal bestanden. Hey. Und jetzt Vollgas. So weiter da unten mal. Da ist ne... Ne Kupplung. Nein, ne da unten. Achso. Runter. Ja genau. Drücken. Weiter runter, weiter runter. Ja ist richtig. So da siehst du nämlich da vorne hast du dann so ein Lämpchen. Dann zeig dir sonst an wenn die Kupplung... Okay, gut. So jetzt drückst du die Kupplung immer nach unten. So jetzt nimmst du den Gang und schiebst den nach oben links. Genau. Du hast gelernt. Das sind meine Fast and Furious Zelten. Oder Need for Speed. So. Bremse los. Lass mir die Bremse langsam los. Guck mal ob wir rollen. Ja. Wunderbar wie sie steht. Gut jetzt... Wir rollen doch nicht. Ja ist egal. Das ist umso besser für dich. So jetzt lässt du die Kupplung langsam nach oben. Also du gehst langsam mit dem Fuß... Also langsam hochkommen. Bis du jetzt das merkst. Genau. Und jetzt... Gas. Wow. Ich dachte der wirkt ab. Ohne Scheiß. Yeah. Ich fahr Auto. So. Was machst du jetzt gerade? Ja. Was denn? Hast du Bremse und Kupplung getreten? Ja. Gut. Jetzt machst du das gleiche wie gerade nochmal. Nur diesmal ein bisschen langsamer. Ey. Was ist das für eine Kupplung? Fix mein Auto Digga. Warte. Bleib mal jetzt. Ja. So. Mir auch. So. Jetzt gleich nochmal. So gleich irgendwann mal langsam ein bisschen Gas. So ein bisschen Gas. Und nächstesmal langsamer auf die Bremse. Und wenn du bremst auf die Kupplung gleichzeitig auch. So warte mal. Wenn ich jetzt schalten will. Ich will schalten Bruder. Ja dann dreh nochmal einmal. Und dann machst du das gleiche wie gerade auch. Nur tust halt in den zweiten Gang. Warte mal. Ich muss das Fenster runter machen. Ob ich besser reden kann. Okay. So. Heißt du äh. So fang kann man an. Ja. Okay. Alles klar. So jetzt drehst du einmal. So und jetzt? Dreh mal. Ja und jetzt? Jetzt drückst du die Kupplung. Kupplung und äh. Zweiten Gang. Und dann gibst du wieder Gas. Genau. Richtig. Ey. Was für Fahrschule man. Kann man sich alles selber beibringen. Ja. Passt lieber ein bisschen auf. Scheiße. Äh. Kupplung und Bremse ein bisschen. Kupplung und Bremse. Warum? Langsam Bremse. Ganz langsam Bremse. Das ist feste Bremse. Ja und jetzt? Ich kann Burnout machen. Du machst mich fertig. So jetzt tun wir nochmal den ersten Gang rein. Nein nein. Kupplung. Warte 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 warte. Kupplung treten. Nicht die Bremse. Nicht die Bremse. Nicht die Bremse. Achso. Bruder ich fick das Auto. Ich äh. Drück mal die Bremse jetzt noch. Achso wir sind gerollt. Kupplung und Bremse links und in die Mitte. Ja die sind durchgedreht wie sonst was. Meine Fußspitzen tun weh. Und jetzt? So. Aber das funktioniert ja soweit. Ja den ersten und zweiten Gang haben wir schon mal hinbekommen. Das ist der erste ne? Ja. Der fährt aber ziemlich schnell. Warum fährt der schnell? Ja jetzt fährst du hier rechts aber langsam. Komm mir vor wie so eine Kurve wie meine Mutter fahr ich jetzt gerade. Dann komme ich hier um die Kurve. Zack zack. Und einmal warte ich muss blinken Bruder. Das scheiß auf blinken. Erstmal. Fahr aber weiter rechts oder nicht auf die Bremse. Ja ich wollte ein bisschen Platz machen für Fahrräder. Sieht das nicht gut aus? Du kennst die Leute. Ja. So. Du weißt jetzt nicht. Wenn jetzt die Bullen kommen dann bin ich. Ich bin mal im zweiten Gang jetzt. Fahr ein bisschen weiter rechts. Gut. Und da vorne ist ein Auto. Bremst du mal lieber ein bisschen? Bremst mal hier. Das hab ich mir im Fahrrad. So Leute was sagst du jetzt zu meinen Fahrkünsten so? Als Anfänger. Ausbaufähig. Ich meine natürlich Super Azad. Perfekt. Aua.